Wow, jetzt wird hier alles rausgeboostet. Wow, das sieht ja cool aus. Hä, wieso ist mir das vorher nie aufgefallen? Gyro-Antrieb? Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen. Jetzt müssen wir hier, wo lang eigentlich? Da lang. Ja, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass das Ding uns nicht erwischt. Und, ah, schnell, 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 schnell. Weiter, eh. Hey, hau ab. Stopp. Okay, wir haben nicht viel Luft, wir haben nicht viel Zeit. Hier lang. Oh, das war knapp. Luft auffüllen. Gut, danke. Ah, ne, wir warten lieber, bis das hier vorbeikommt. Cooles Geräusch, ja. Oh, nein, bitte, hör ab. Mach dich ab. Und weiter. Gut. Oh, ich bin ja so ein alter Knacker. Oh, ich kann ja gar nicht mehr laufen. Oh, ich bin ja so ein alter Knicks. Oh, ich bin ja so ein alter Knacker. Oh, ich bin ja so ein alter Knicks. Oh, ich bin ja so ein alter Knicks. Okay, wir haben die Zentrifuge andecih mischen, den Gyro-Antrieb. Wir haben das Triebwerk aufgefüllt und jetzt müssen wir es nur noch zünden, glaube ich. Und speichern, natürlich speichern. Gut. Jetzt geht das ab. Oh, verdammt. Oh, ja. Hallo, hallo, hallo. Und das... Nein, nein, nein. Oh, ist das scheiße. Ja! Auf den e-kraften Alter Piki-Schossen. Puh, oh, Mann. Ja, dahin. Und wieder durch die dumme Luftschleißen-Kacke. Ja. Die Kontaminationseinheit. Die. 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 Ach so. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Oh, du hast mich aber erschreckt. Oh, geht's. Oh. Sie verlassen die sterile Zone. Wieder hoch. Oh. Oh, er erschreckt mich doch nicht immer so. Es ist Kendra. Sie hat mich attackiert, ich rief für ihn und Hammond hat einfach... Er hat einfach geschehen. Kendra? Woher bist du? Schön, dass du dich vivo und gut sehen hast, Hammond. Ich habe mich selbst in dem Computer-Core. Ich kann sie hören, die sich außerhalb, aber ich glaube, dass sie nicht wissen, dass ich hier bin. Ich habe mich in alles von hier verlassen. Ich habe die Route und habe ein paar Informationen von der Kolonie gefunden. Auch bevor sie den Planeten zerbrochen konnten, die Kolonierer erlebten, eine großartige Dementie. Es scheint, sich zu einem Artifakt, das sie auf dem Planeten gefunden haben. Das heißt, der Marker. Ich werde weiter schauen. Ich habe deine Position und ich werde die Tür für die Stromverbrauchung unlocken. Du kannst in die Engenschamber von dort kommen. Wir haben uns einen Weg bereitet zum Engine, also zum Antriebskontroll-Dingensraum, damit wir den Antrieb wieder zünden können. Genau. Ja, annehmen. Oh. Oh. Ja. Zum... 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 Treffen. Ich mache mal. Ah. Natürlich voll. Natürlich. Ja, oh Wunder, wir müssen da durch. Okay. Oh, das sieht mir ganz nach einer Luftschleuse aus. und raus hier cool oh geil, beides zusammen wow, das ist echt cool das sieht verdammt geil aus ok Ende der Schwerelosigkeit Ende des Vakuums oh, was ist denn das für was sind denn das hier für Geräusche oh, hier ist es aber laut nein, das ist voll ich will nur was wegschmeißen Schema ah, ist das laut hier ich will doch etwas lauter sprechen jetzt ist hier überall dieses organische Gedöns das überall rumwächst oh ja, da steckt ja einer drin das heißt, dich erlöse dich hier waren glaube ich Vorräte es wird immer schlimmer mit den Menschen es wird immer schlimmer mit den Menschen okay, hier runter eh, was, what the fuck aber hier war das doch, oder? ja ne, gut wie durch das eckhäfte Geschleime durchstapfen wie bei der mir weiter es ist ich will doch die